Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. V. Wir müssen jetzt hier ein paar Sternenmünzen sammeln. Warum spreche ich jetzt wie so ein Pirat? Wahrscheinlich weil ich hier gerade in dieser wunderschönen Welt 2 bin, der Wüstenwelt. Und ich werde mir diese Sternenmünzen holen. Den Schatz, der am Meeresgrund ist. Ne, was? Keine Ahnung. Oh, Pilz. Ach, ne. Ich wollte gerade sagen, das war das da, aber doch nicht. Ach, das war das da. Ach, ihr schon wieder. Diese komischen Viecher. Ich mag die nicht. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich die nicht mag? Ich weiß ja nicht. So, ich weiß nicht mehr, wo die erste Sternenmünze war, aber ich suche auf jeden Fall noch eine. Oh, ein P-Switch. Huch, ein P-Switch. So, hier ist nicht, ne? Ne. Wo könnte diese Sternenmünze sein, ist die Frage. Und die Antwort darauf lautet, ich habe keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Da ist nur eine Münze drin. Ich weiß gar nicht, ob man hier runter kann. Da bin ich mir unsicher. Ich glaube nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo waren die erste überhaupt. Kriege ich den da oben irgendwie tot? Ja. Oh. Ach, ein Leben. Mensch, wie praktisch. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Wo war denn jetzt? Wo war die erste Sternenmünze denn? Die habe ich doch gefunden. Das heißt, danach müsste dann die zweite zu finden sein. Ich glaube, die war hier, oder? Okay, hier kann man theoretisch ein Leben bekommen. Praktisch ist es aber nicht sehr gut, das zu wollen. Hier war die erste drin, glaube ich. Genau, hier ging es dann runter. Ich gehe nochmal nach oben. Hier war die erste Sternenmünze drin. Glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Doch müsste eigentlich, hoch eigentlich. Alter, du Mist, wie. Mann. Ich bin auch blöd manchmal. Echt. Das gibt es ja nicht. Ich hätte vielleicht so ein Fass einfach nehmen sollen. Ich wollte da jetzt nicht extra ein Fass aufmachen. Dann, huch. Wow. Okay, warte. Welche mit die... Warte mal, da oben war ich noch nicht drauf, ne? Vielleicht ist da ja was. Ich weiß es nicht. Ähm. Huch. Toll. Hehe. Toll. Ich glaube, ich weiß, wo die Sternenmünze Nummer 2 ist. Was mache ich denn jetzt? Ich will jetzt nicht unbedingt sterben. Ich könnte jetzt natürlich rausgehen. Aber dann fange ich wieder von vorne an. Ich gehe jetzt einfach nochmal weiter. Vielleicht... ...überlebe ich es ja doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh, naja, gut. Vielleicht komme ich doch zum Ziel. Ich weiß es nicht. Huch. Hilfe. Hilfe. Ach ja, da musste ich ja... Hier musste ich ja irgendwie klein sein, ne? Moment mal. Wie werde ich nochmal klein? Äh, war das die zweite Sternenmünze vielleicht? Ne. Wo bekomme ich denn den Mini-Pilz? Warte mal. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Hier bekomme ich, glaube ich, den Mini-Pilz. Ach so. Ja, den hatte ich denn ja schon. Hä? Aber ich muss da drüben, glaube ich, rein. War ich da schon drin? Ich schaue das mal. Ich schaue da mal ganz kurz nach. Ich wette, ich war da schon drin. Und natürlich... Alter. Boah, das ist jetzt so komisch, mit dem hier zu springen. Ich sage ja, ist komisch irgendwie. Wow, Hilfe. Okay, da rein. Und jetzt? Ach ja, das war die Sternenmünze, die ich schon hatte. Das ist ja toll. Wieso bekomme ich da noch einen Mini-Pilz? Wie sinnvoll. Als hätte ich nicht schon einen. Huch, hallo? Nein, ich habe eine Münze nicht bekommen. Na toll. Ich frage mich, ob die Pflanze jetzt immer noch da ist, wenn ich jetzt zurückgehe und nach der Pflanze sehe. Ich meine, die sind ja auch wieder da. Ich weiß es nicht. Okay. So geht es natürlich auch. Das ist irritierend mit dem kleinen Mario. Der springt total anders. Und ich muss mich mal... Warte mal. So, so ist es besser. Ja. Das Mikro mal richtig hin machen hier. So, hier ist was Tolles drin. Ein Pilz. So, da unten konnte man reingehen. Das weiß ich noch. Hier kann man jetzt runterrutschen. Oder auch nicht. Das ist einem selbst überlassen. So, den kann man mal tot machen. Und dann muss man hier ran springen. Boah, das war jetzt aber fies. Es ist ja auch nicht einfach. Sagen wir es mal so. Ja, na toll. Also nochmal bitte das Ganze. Diesmal aber ohne zu sterben vielleicht. Vielleicht sollte ich erst den anderen Typen da tot machen. Warte mal. Ich hole mir trotzdem mal den Pilz hier. Also jetzt den Pilz. Huch. So wollte ich eigentlich nicht rauskommen. Aber naja. So, der ist tot. Er ist tot, Jim. Warte, bevor ich jetzt weitergehe. Gehe ich mal hier hin. Hol mir noch so ein Fass. Na, und dann mache ich mal den anderen Typen hier auch nochmal tot. Wo ist er denn? Ach, warte. Nein. Was? Ach, scheiße. Okay, ich warte nochmal. Hier habe ich noch mehr Fässer. So, jetzt ist er tot. Er ist tot, Jim. Okay. Oh, ein One-Up durch Münzen. Juhu, das ist ja toll. Hey. Da dreht er sich gleich im Kreis, der Mario. Ich wette, hier oben war ich schon. Oder? Ich weiß es. Nee, hier war ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, was sie ist. Vielleicht ist hier ja gar keine Sterrnmünze. Das wäre jetzt natürlich doof. Na, was ist denn hier? Hä, hä, hä? Was ist hier? Außer ganz vielen Münzen. Ein Pau-Block? Ja, ja, warte, 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 warte. Bevor ich den werfe, muss ich erstmal abwarten, bis ich überhaupt die Münze bekommen kann. Okay, jetzt. Und hinab in die Tiefe. Und jetzt nur noch zum Ziel. Dann habe ich auch die Sterrnmünze gefunden. Tja. War aber gar nicht so einfach. Muss man auch erstmal wissen, wo die ist. Unter Umständen. Wobei, eigentlich nicht. Ich habe es ja so gefunden. Huch. Mist, habe ich nicht gekriegt. Ach, egal. Komm, ich wäre jetzt nur zum Ziel. Ist mir jetzt auch wurscht, ob ich den ja jetzt Ton mache oder nicht. Bringt mir ja nichts. Eigentlich. Theoretisch. Hm, naja. So, da habe ich jetzt also die ganzen Sterrenmünzen. Hier habe ich alle. Hier habe ich alle. Da ist noch so ein Haus mit ganz vielen Leben. Hier fehlt noch die erste Sterrenmünze. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo die sind. Also, wirklich nicht. Ich werde da einfach suchen müssen und da... Ach. Oh Gott. Dieses Level. Wie ich das einfach mag. Ich weiß bloß nicht, wo waren hier... Die Sterrenmünze? Ich frage mich, was hier drin ist. Ach, nur eine Münze. Ne, und dann? Muss doch für irgendwas gut sein hier... Warte mal. Hier ist eine rote Röhre. Da kann man rein. Hier war ich, glaube ich, noch nicht drin, oder? Doch, war ich schon. Hä? Hä, wie? Ist da etwa gar nichts? Was soll denn das? Wie dämlich. Sind da einfach nur Münzen? Alter. Mach mich nicht fertig, Mario. Okay. Wo ist denn die erste Sternenmünze? Hilfe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, wüsste ich es ja. Dieser Wind immer, ne? Also, ich will ja nichts sagen, aber ich finde den nicht so toll. Hier oben noch so ein Propellerpilz. Wo waren die zweite Sternenmünze? Ist jetzt die Frage. Dann kann ich mich zumindest daran orientieren ein bisschen. Okay. Also, die erste Sternenmünze muss irgendwo hier vorne sein. Nein! Ach, du Drecksviech. Vor allem dieser Wind. Das ist das Problem. Huch! Alle mit einmal tot gemacht. Ich mag das mit dem Wind irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. So, und jetzt? Jetzt bin ich hier wieder? Hä? Das war doch hier der Anfang, oder nicht? Bin ich blöd? Nee. Eigentlich nicht. Romisch. Hier fliegen Münzen rum. Huch! Warte, 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 warte. Moment, Moment. Jetzt! Alter, Wind! Mann! Demnlicher Wind. Jetzt? Ach, hör auf! Hör auf! Und wie komme ich jetzt da hoch? Boah, dieser Wind. Nerv. Hör auf! Mann! Wer hat diesen Wind da reingemacht? Der ist total nervig. Der weht mich immer weg. Ich glaube, ich habe die Sternenmünze gefunden. Huch! Was? Hilfe! Ähm, wie komme ich da jetzt rauf? Hallo? Ähm, hier vorne vielleicht? Ja, hier durch. Ja, gut. Ach, ey, was ist das denn? Das ist doch verarsche. Da oben geht's auch... Äh, Moment. Ich muss da irgendwie hoch, ne? Boah, was... Wer hat sich denn das bitte ausgedacht? Okay, kann ich hier irgendwie... Nein, natürlich nicht. Aber hier kann ich... Achso, ja, so geht's natürlich auch. Hm. Ja. Alter. Kommt man raus, wird man gleich weggeweht. Wow. Jetzt bloß nicht übermütig werden oder irgendwo runterfallen oder so. Ich weiß ja nicht. Das ist ja irgendwie nicht so toll. Ah, okay. Alle tot. Warte, hier bleib ich mal stehen. Jetzt kommt nämlich erstmal wieder Wind. Wind. Okay, Wind ist vorbei. Jetzt kann ich, äh, mal... Huch. Hier dieses Item holen, das hier gar nicht ist. Das ist da oben nämlich. Huch. Ach, Alter. Hilfe. Hilfe. Nein. Ach, Alter. Gib mir das Item. Ist ja unfassbar. Huch. So. Wow. Hilfe. Nein. Ach, jetzt konnte ich mich nicht mehr drehen, weil ich zwischendurch nicht gelandet bin. Nerv. Okay. Jetzt nur noch zum Ziel und dann haben wir es ja schon. Jetzt bin ich hier oben gelandet. Hier ist doch nichts. Warte mal. Kann ich nicht? Wieso reicht das nicht für ein Leben? Was soll denn das? Mann. Denkst du, okay, reicht vielleicht. Kannst du ein Leben bekommen und dann nicht. Natürlich. Ist ja klar. Ach. Krass. Habe ich das geschafft? Hätte ich nicht erwartet, dass ich es geschafft... Also, ich hätte nicht erwartet, dass ich es schaffen würde, da ranzukommen an diese Flagge. Aber ich habe es offensichtlich geschafft. Das ist ja toll. So, jetzt kann ich mal noch mehr Sternenmünzen suchen. Da fehlt noch was. Hier. Ach, da fehlen ja überall noch welche. Ach du Scheiße. Okay. Hier fehlen noch Nummero 2 und 3. Und beim anderen fehlen 1 und 2, glaube ich, ne? Oder so. Ach Gott. Lucky 2. Lucky 2. Mir nicht weh. Keine Ahnung. Okay, die Nummero 1 hatte ich ja schon gefunden. Die Frage ist nur... Huch. Die Frage ist nur, wo sind denn die anderen? Und was ist hier drin? Ein Yoshi. Yoshi. Komm doch mal her, Yoshi. Hm, ja. Jetzt kann ich futtern. Und jetzt? Was bringt mir das? Nichts. Das ist es ja. Es bringt überhaupt nichts. Ich muss irgendwie nach da oben. Ach nee, hier war ja die... Äh, ja, ja, ja. Ich weiß. Hier war irgendwie die erste... Ach, Yoshi. Nein. Jetzt bleib doch mal... Hier. Du dreckiges Dinosaurierviech. Mann. Die Dinosaurier, die ich kenne, waren nicht so... Ängstlich. Alter, wie komme ich denn da jetzt rauf? Muss doch irgendwie gehen. Das gibt es ja nicht. Apropos, bekomme ich hier eigentlich irgendwas? Irgendwie? Irgendwann? Nee, natürlich nicht. Ach ja, mit Yoshi geht ja kein Wandsprung. Ach, verdammt. Mann. Also manchmal stelle ich mich auch wirklich doof an. Ich dachte gerade, okay, machst du einen Wandsprung. Da kommst du ja so nicht hoch. Weil du irgendwie doof abgeschwungen bist oder so. Also ich jetzt. Äh, und dann, naja, siehst du ja selber, was passiert ist. Ne? Hat wunderbar geklappt mit dem Wandsprung. So, da ist nichts drin, was ich brauchen könnte. Hier muss ich erstmal warten. Ach, dieses fiege ich schon wieder. So, hier, Yoshi. Ups. So kriege ich das leider nicht. Yoshi, bleibst du mal... Hier, na... Ach, alter, Yoshi. Yoshi, jetzt... Mann! Hallo? Ich bin direkt auf ihn draufgesprungen. Das ist doch nicht wahr. Na also, geht doch. So. Ich kriege ihn so nicht. Warte mal. Halt's. Nein! Ach, direkt reingesprungen. Weißt du, sonst bewegt er sich immer weg. Jetzt springe ich natürlich direkt rein. Yoshi, kommst du her? So, das Viech muss jetzt mal hier ein bisschen dezimieren. So, also, ich möchte jetzt auf diese Wolke... Praktisch, äh, äh... Theoretisch sollte das auch irgendwie möglich... Das gibt's doch gar nicht. Ach, alter! Mann! Es ist auch nicht einfach, auf so ein Lucky-To draufzukommen, ja? Also, auf die Wolke natürlich, nicht auf ihn selbst, aber... Es ist ja auch nicht einfach. Vielleicht probiere ich es an der falschen Stelle. Das kann auch sein. Vielleicht probiere ich es mal hier oben. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt fliegt mir natürlich der Yoshi weg. Oder er läuft weg. Halt, ich fliege mal hier hoch. Da sind nur Münzen. Hat sich ja voll gelohnt, einfach. Okay, hier ist... Checkpoint. Da, Feuerblume. Gibst du mir den Yoshi, bitte? Nein, das ist kein Yoshi. Kann ich hier rein... Ich kann da nicht rein. Okay. Wo sind denn hier die Sternmünzen überhaupt? Ich weiß es ja nicht. Mann! So kriege ich den leider nicht. Das ist doch doof. Nee, das geht nicht. Ich wollte oben drauf springen, aber keine Chance. Nee. Also ohne Yoshi, ich weiß ja nicht, aber irgendwie geht das... Hä? Wo ist denn Yoshi hin? Verdammt. Und vor allem, wie soll man denn jetzt hier durchkommen? Wie bin ich denn da damals durchgekommen? So, ne? Ja, so. Aber ich will ja nicht das Level machen. Ich will ja die Sternmünzen holen. Verdammt. Jetzt bin ich hier am Zielschub... Okay, die sind bestimmt irgendwo. So, ich hab da einen Geheimtrick. Den verrate ich euch aber nicht. Wie man diese Sternmünzen ganz einfach findet. Und zwar... Ach, ich wollte ihn ja nicht verraten. Scheiße. Gibt man bei einer beliebigen Suchmaschine ein... Äh, äh... New Super Mario Bros. Wie Sternenmünzen. Ich kann nicht so schnell tippen hier mit dem Handy. Äh, Smartphone. So, New Super Mario Bros. Wie Sternenmünzen. So, gehen wir mal hier hin. La 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 la. Okay. Lade schneller. Lade schneller. Lade schneller. Lade schneller, hab ich gesagt. Nein, ich möchte diese Werbung nicht. Was ist das überhaupt? Hä, ist eine Werbung, die ist... Single Börse. Ach ja, genau. Möchte ich auf jeden Fall. Sehr seriös auf jeden Fall. Okay, Welt 2.5 war das, ne? Ja. So, Welt 2.5. Schnarch, wie langsam lädt das einfach. Äh... Welt 2.2.2.3.2.5 ist hier. Zwischen 2 Sandblöcken. Eine Piranha-Pflanze. Okay. Zwischen 2 Sandblöcken. Okay. Gut. Okay, zwischen zwei Sandblöcken ist eine Piranha-Pflanze und dann kann ich in den Geheimgang und... Ach, keine Ahnung. Schauen wir mal. Und am Ende des Levels soll ich noch irgendwie nach oben fliegen. Ich weiß noch nicht so ganz wo. Naja, schauen wir mal. Das wird schon irgendwie... Ich bin ja recht zu... Sichtlich wollte ich eigentlich immer draufspringen, aber natürlich fährt er in dem Moment die Stacheln aus. Ist ja klar. Mann. Mistviech eh. Wieso wollte ich da überhaupt draufspringen? Ich hätte auch drüber springen können. Aber jetzt reicht es mir. Jetzt will ich... Ach, das geht auch nicht. Ach so. Ja, ich dachte, er hat keine Stacheln. Kannst du da oben draufspringen und... Das geht gar nicht. What the fuck? Wieso geht das nicht? Ich meine, wenn er jetzt Stacheln hat, okay, aber jetzt hat er doch keine mehr, oder doch? Aber das sind doch keine Stacheln. Keine richtigen. Ist ja lächerlich. Also, es ist ja wohl... Verstehe ich nicht. So, wo waren jetzt Yoshi? Ach, hier hinten war der erst, ne? Genau. Wo ich mich mal so und dann... Hups. Okay, Yoshi, ich... Muss irgendwo... Also, das muss ich nicht machen. Yoshi, kommst du wieder? Danke. Ach, Mann, Yoshi. Lauf doch nicht bei jeder kleinsten Berührung mit so einem Dings da weg. Das finde ich nicht gut. Zwischen zwei... Oh. Ah. Warte. What the fuck? Alter, wie sollst du darauf denn bitte kommen? Hä? Hä? Ich kann nicht mitnehmen. Und dann leuchte ich. Ich frag da am besten gar nicht nach. Okay, halt. Hier soll eine Sternmünze sein. Hier ist eine Sternmünze. What the fuck? Alter, da kommt doch niemand drauf. Leute. Ernsthaft. Habe ich den Block immer noch? Ne, jetzt hat er den verschluckt. Yoshi, du sollst nicht immer alles runterschlucken. Ja, das ist nicht so toll. Huch. Ach, Alter, Yoshi. Mann. Gibt's doch nicht. Kommst du... Jetzt kommst du wieder. Ja, bitte. Jetzt habe ich dich so. Ja, na toll. Ach, weiß jetzt. Mir auch egal. Das Ganze echt mal. Mann. Das ist doch nicht wahr. Alter, jetzt renne ich dem Yoshi hinterher und sterbe deswegen. Toll. Ja, wow. Dass der auch einfach wegläuft, statt wieder zu mir zu kommen. Weißt du, das ist total sinnlos. Aber gut. Ich frage da am besten gar nicht nach. Wieso bin ich jetzt daneben gesprungen? Ich bin doch eigentlich gegengesprungen. So, Yoshi. Yoshi, hopps. Also, ich weiß jetzt, wo die zweite Sternenmünze ist. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die dritte? Das Gute ist, ich kann auf diese Pflanzen einfach drauf springen. Schlecht ist, ich muss die natürlich auch irgendwie töten. Ach, naja. Ich kann ja jetzt auch so runter, aber... Naja. War jetzt eigentlich nicht der Plan. Weg mit dir. Ach so, so komme ich rüber. Okay, Moment, Moment, Moment. Halt. Okay. Gut, da unten wären jetzt noch Münzen gewesen. Jetzt... Geh doch mal... Jetzt. So. Na also. Okay. Ach ja, jetzt muss ich ja hier durch, ne? Nerv. Na toll. Wie ich das hier liebe. Ach man. So, einfach oben rüber. Ähm, ach jetzt muss ich hier mit einer Wolke theoretisch fliegen. Praktisch gehe ich erstmal zum Ziel. Dann habe ich schon mal die Sternenmünze sicher und die andere hole ich mir auch gleich nochmal. Also, ich soll gegen Ende des Levels mit einer Wolke nach rechts fliegen. Das ist einfach die detaillierteste Beschreibung der Sternenmünze, die ich je gefunden habe. Echt. Oder die ich je gesehen habe. Es ist ein Traum einfach. Wow. Es ist so unfassbar. Das glaubt ihr mir einfach nicht. Guck mal, ein Pilz. Den ich fast verloren hätte, wenn ich so weiter gemacht hätte. Aber habe ich nicht. So, jetzt muss ich irgendwie an diese Lucky To... Huch. An die Lucky Toos kommen. Beziehungsweise an deren Wolken. Um die Sternenmünze zu bekommen am Ende. Das Ding fliegt einfach zu schnell, das ist doch nicht wahr. Yoshi. Ach guck mal, drauf springen kann er. Ach, ich frage da am besten gar nicht nach. Nee, das Ding fliegt leider weg. Das ist doof. Ich wollte den eigentlich jetzt, ne? Weißt du ja selber, was ich machen wollte. Äh, Yoshi. Komm rein. Jetzt kann ich da nicht rauf, weil... Das ist doch doof. So, jetzt aber hier. Okay, Wolke. Nr. 7. Hier hoch könnte ich pflegen, da ist aber nichts. Toll. Die sind immer an der gleichen Stelle wieder weg, ne? Das ist doch doof. Nein, Yoshi, Yoshi, jetzt... Na, also. Okay, haben wir's. Jetzt haben wir die Wolke. Okay, jetzt muss ich da lang fliegen und fliegen. Uff, da sind nur Münzen. Okay, weiter... Weiter fliegen. Nein. Ach, kacke. Hat doch... Hat nicht gereicht. Komisch. Hier müsste ich jetzt... Jetzt kommt hier keiner mehr, oder was? Also, Lucky Two meine ich jetzt. Was soll denn das? Ach, Yoshi. Ach, alter Mann. Alter Mann, ey. Ey, du alter Mann. Kommt hier noch... Äh, jetzt kommt er erst wieder. Okay, ist ja gut. Okay, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Ach, Yoshi. Mann. Jetzt ist er wieder weg. Was ist das denn? Was soll denn das? Ich muss mal hier ein bisschen futtern. So. Ach, guck mal, er hat ein Ei gelegt. Das ist ja toll. Und ich krieg' einen Pilz. Natürlich. Was denn auch sonst? Also, krieg' ich bitte noch mal so ein Danke. Ein Lucky Two. Ach, alter. Der fliegt auch schon wieder... Der ist schon wieder weggeflogen, ne? Der haut einfach ab. Also, noch einmal, bitte. Doch. Mann. Das ist doch nicht wahr. Ich kann ihn nur hier erwischen. Und so auch etwa... Ne, so auch irgendwie gar nicht. Ja, so krieg' ich den noch nicht. Huch. Noch ein Pilz. Wieso ist da jetzt noch ein Pilz? Was soll ich denn damit? Ich krieg' den doch so nicht. Das ist das Problem. Ja, das klappt doch niemals. Das kla... Aua. Das klappt doch auch nicht. Da ist auch nur ne Münze drin. Aber das hilft mir doch nicht weiter. Ich muss doch auf diesen Lucky Two rauf. Ja, wie soll denn das so gehen? Vor allem bin ich doch schon geflogen und es hat trotzdem nicht gere... Ich bin verwirrt. Also, ich muss da noch mal reingehen. Und ich brauch'n Yoshi. Ich hoffe, ich bekomm' hier einen. Ich weiß nur, dass ich am Anfang einen bekomme, aber hier jetzt... Hier bekomm' ich nur einen Pilz, ne? Das ist doch nur ein Pilz. Ja, was soll ich denn nur mit einem Pilz? Ich brauch' doch'n Yoshi. Wow, ein One-Up. Hey. Huch. Alter. Das Ding verarscht mich. Da ist auch nichts drin. Ich seh' hier kein Yoshi mehr. Kann doch nicht sein. Hier ist kein Yoshi, oder? Ach, da ist der... Da ist der Yoshi. Toll. Das sollst du ja auch vorher wissen. Kann man ja auch vorher wissen, ne? Sind wir ja sehr gut da drin. Ich glänze ja durch mein Vorwissen. Das steht schon in meinem Zeugnis in der Schule drin. Ne, weiß ich nicht. Also nicht das Zeugnis in der Schule, sondern das Zeugnis aus der Schule. Ach, ihr wisst, was ich meine. Außerdem steht das da gar nicht drin. Ich möchte jetzt diesen... Yoshi haben. Alter, das ist doch nicht wahr. Was ist denn jetzt schon wieder los? Also, ich möchte doch nur diesen Yoshi haben. Und mit dem Yoshi... Die Sternmünze holen. Das war der Plan. Huch, jetzt bin ich doch oben drauf gelandet. Ganz unerwartet. Huch, okay. Yoshi. Komm zu mir. Ach, Alter. Er ist doch nicht wahr. Yoshi, jetzt komm hierher. Genau. Ach, die große Pflanze kann ich natürlich nicht essen. Das ergibt doch irgendwie Sinn. Ach, Wolke. Halt. Ganz schnell, ganz... Schnell. Nein! Willst du mich verarschen? Alter, das ist doch nicht wahr. Äh, leck mich doch mal. Das ist doch nicht... Hier, töte mich. Jetzt töte mich schon. Na also. Geht doch. Also, meine Fresse. What the fuck? Jetzt hat die... Hat die ganz knapp nicht gereicht, oder was? Die Wolke. Das ist doch wohl nicht wahr. Jetzt habe ich die einmal bekommen und dann reicht die einfach nicht. Wer... Was soll denn das? Ich meine... Das ist die zweite Welt. Wieso müsst ihr das so knapp machen? Verdammt. Aber wirklich sehr knapp. Leider. So, okay. Folgendes. Ich möchte diesen Yoshi haben, der sich hier drin befindet. Und zwar hier. Aua. Und zwar hier. Okay. Schneller, schneller. Aua. Mann. Schon wieder. Nein. Nein. Arrrrk. Okay, Yoshi, komm. Komm. Nein, ich kriege den so nicht mehr. Alter. Oh, nein. Alter. Meine Fresse. Was ist denn das? Wer denkt sich denn das aus? Das ist doch dämlich. Was soll denn das? Was soll denn das? Das finde ich nicht gut. Wieso können die Wolken denn nicht mal zehn Sekunden länger oder zwei Sekunden länger halten oder so? Aua, Mann. Ich sag gar nichts mehr dazu, glaube ich. Also, ich will doch nur... Och, Mann. Das gibt's nicht. So, jetzt wirfst du noch mal irgendwann. Also, jetzt gleich. Und jetzt möchte ich hier... Ja, ja, Yoshi. Komm, komm ran hier. So. Würdest du bitte auf die andere Seite gehen? Dann kann ich da nämlich jetzt rauf. Und dann nach oben. Und dann so. Genau. Und jetzt schneller, 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 schneller. Ist egal. Ich will nur die Sterbemünze haben. Nein! Alter! Das ist doch nicht wahr. Was soll denn das, liebes Spiel? Wieso? Ach. Warum? Alter, jetzt hat die mich einmal... Nein! Alter, ich brauch Luigi nicht. Mann, dieser nervige Bruder, ey. Das ist ja scheiße. Echt mal. Was will der... Von mir. Ja. Also, heute ist wieder so ein Tag, wo ich mich aufrege. Ich weiß nicht, warum. Das ist einfach so dämlich gemacht, ey. Das ist unfassbar. Das ist eigentlich total einfach. Alter! Das kann doch nicht sein, dass ich diesen dämlichen Dings nicht treffe. Aber dieser Lucky Two macht mich einfach fertig. Und die Tatsache, dass die Wolke nicht reicht. Und da oben überall diese blöden... ...Koopers sind, die in der Luft rumfliegen. Das ist doch scheiße. Echt mal. Ach. Mensch, Yoshi. Da hoch sollst du. Jetzt beweg dich mal auf die andere Seite, bitte. Lucky Two. Danke. Na, schneller. So. Oh, gerade noch so. Okay. Jetzt bin ich auch schon am Ziel. Meiner Träume praktisch. So, sogar mit One-Up. Hey, ich habe ja auch nur 10 verloren. Etwa. Oder waren es 10? Ich glaube, es waren 10. Naja. Tschüss, Yoshi. So, haben wir das auch geschafft. Hat ja zum Glück nicht lang gedauert. So, ja, würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann in dieses Level. Ich kann ja währenddessen schon mal ganz kurz speichern. Ja. Okay, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich erst einmal Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.